Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, lieber Schütze. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Janina und ich lege für euch die Karten für die kommenden sieben Tage. Montag bis einschließlich Sonntag. Ich schaue rein. Was bewegt euch? Was ist wichtig? Was dürft ihr vielleicht auch gehen lassen? Und dann würde ich sagen, wir legen doch direkt mal los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich mische schon das Tarot. Ich nehme das Mystic Palette Tarot von Ciro Macchetti. Wunderschöne Karten. Und würde mal schauen, was begleitet euch. Die Spoiler-Energie aus der letzten Wochenbotschaft für diese hat besagt, mit dem Wagen, dass du dranbleiben sollst. Du hast das Gespür, du wirst energetisch. Also in dieser Woche starten mit einem zuversichtlichen Ich bleibe dran. Ich halte durch. Hier bewegt sich etwas. Es geht voran. Ich verliere den Glauben nicht. Schöne Einstellung auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hier rein und gucken, was ist so deine allgemeine Wochenbotschaft? Was ist so dein zentrales Wochenthema? Okay, da haben wir direkt zwei Kärtchen. Nimm wir ausnahmsweise mal, wir haben die Königin der Schwerter und die Herrscherin. Also in irgendeiner Form geht es hier wirklich um das Thema Unabhängigkeit, aber auch für einen reifen Prozess. Die Zeit ist reif, sagen die Karten. Die Königin der Schwerter ist eine sehr, ja, ist eine kommunikative Person. Hast du das gerade gehört? Das hat bei mir im Hintergrund tatsächlich geklingelt. Und passenderweise, also vielleicht klingelt ja hier eine große Aufgabe an deiner Tür. Eine Aufgabe, die dich daran erinnern soll, dass die Zeit reif ist für eine bestimmte Sache, für eine bestimmte Aktion. Okay, in dem Sinne, schauen wir doch mal rein. Montag, vier der Stäbe. Dienstag, der Turm. Mittwoch, die sieben der Schwerter. Donnerstag, die fünf der Münzen. Am Freitag, die sechs der Stäbe. Am Samstag, das Ast der Schwerter. Und am Sonntag, die vier der Münzen. Und am Deck zeigt sich der Wagen. Das ist die Krebskarte und steht da. Nee, Leute, ist doch verrückt. Der Wagen, schon wieder. Ding Dong, ich muss noch mal kurz drauf kommen. Also, schon wieder. Ihr startet auch nächste Woche mit dem Impuls, es geht weiter, es geht voran. Also irgendwie, ihr bleibt dran. Ihr bleibt an einer Sache dran. Ihr gebt nicht auf. Es ist wirklich, als ob ihr eigentlich gerade selber der größte Motivator für euch selber seid. Stark. Okay, wow. Das muss ich auch mal kurz verdauen hier. Ja, ich würde gerne noch mal hier diese Königin- und Herrscherin-Energie abklären. Dafür nehme ich einmal die Orakelkarten. Dein schamanischer Traum, das Orakel von Alberto, Biloldo und Colette Baron-Reed. Wir schauen mal rein. So, die unterbewusste Botschaft des Universums an dich, lieber Schütze. Das ist doch schon ganz stark, was ich hier sehe. Was ist denn hier so deine Aufgabe, worum geht es hier unterbewusst? Ja, ich habe gesehen, da haben sich Karten gedreht. Das war für mich aber nicht der Impuls, aufzudecken. Also, da haben wir die Karte 48, der Himmelstänzer und Hingabe. Dein Unterbewusstsein, das Universum, lädt dich ein, dich hinzugeben, dich fallen zu lassen. Der Himmelstänzer, ne? Also, ich kriege so eine ganz leichte Energie tatsächlich rein. Die 48, 4 und 8, das wird zur 12. Und die 12 in der großen Arcana ist die Karte vom Gehengen. Es geht also auch um einen Perspektivwechsel, die Dinge neu zu betrachten. Und durch diese neue Betrachtungsweise kommst du dann in die Energie von der Königin der Schwerter und der Herrscherin. Das heißt, du merkst, die Zeit ist reif. Ich selber bin gereift. Hier ist etwas fortgeschritten. Chapeau an der Stelle. Sehr schön. Welches Einhorn, lieber Schütze, darf dich dabei gleiten? Diana Cooper, die Magie der Einhörner, das Orakel. Ihr wisst es, zumindest die, die mich schon lange abonniert haben. Diese Einhörner begleiten mich seit Anfang meines YouTube-Kanals. Stark, stark, der übrigens Ende Mai, meine ich, Ende Mai ein Jahr wird. Ein Jahr, hier können wir Geburtstagsparty machen. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Irgendeine Special Edition. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Will ich mir einfallen lassen. Müssen tut man gar nichts. Ich will mir was einfallen lassen. Also, welches Einhorn haben wir hier? Schauer der Segnungen. Öffne dich, sie zu empfangen. Gib sie weiter. Aha. Die 24 wird zur 6. Die 6 in der großen Arcana ist die Karte der Liebenden. Das heißt, die Hingabe. Wohin fühlst du dich hingezogen? Zu welchem Menschen? Was ist hier deine Aufgabe? Ich kriege auch so ein bisschen so eine Lebensaufgabe. Als ob viele von euch sich gerade so ein Stück weit verwirklichen. Deswegen auch immer der Wagen. Bleib dran. Glaub an dich. Verliere den Glauben nicht an dich und dein Können. Und hier das Einhorn möchte dich eben segnen. Möchte dir Geschenke überbringen. Guckt euch mal die Karte genauer an. Das Mädchen. Was eigentlich die Hände vor Dankbarkeit zusammenschlägt. Und dann die Geschenke von dem Einhorn überreicht bekommt. Das Glück hier haben sogar Goldmünzen, Goldthaler. Also sei bereit, lieber Schütze. Für dich ist es soweit. Ich kriege hier, wie gesagt, eine allgemeine Leichtigkeit auch rein. Sehr schön, sehr stark. Ich gehe jetzt mal in die Woche und kläre mal die einzelnen Kärtchen. Am Montag haben wir die vier der Stäbe. Bei den vier der Stäben bist du zum einen zu Hause, weil Stabenergie wird dem Element Feuer zugeordnet. Und bei den vier der Stäben geht es ein Stück weit um die Öffentlichkeit. Etwas öffentlich zu machen, sich zu zeigen, sich zu präsentieren. Die Öffentlichkeit könnte hier eine Rolle spielen. Ich kläre das mal mit dem Lenormand. Und dann nehme ich das Beginner Lenormand von dem Angelina Schulze Verlag. Das soll uns bitte einmal verraten. Was gibt es hier zu beachten bei den vier der Stäben? Die vier der Stäbe. Da haben wir einmal den Bauch. Mit etwas schwanger gehen. Mit einer Idee. Mit einer Idee. Ein Plan. Was lange wert wird, endlich gut, kriege ich direkt rein. Also irgendwas, wo du vielleicht schon lange dran planst, lange überlegst, darf nun durchgeführt werden. Damit darfst du dich präsentieren und zeigen. Dann haben wir hier die Dame, den Bären und den Anker. Du warst lange Zeit sehr sicherheitsbedürftig. Hast vielleicht auch an etwas sehr stark festgehalten. Hast dann aber die Stärke besessen, in irgendeiner Form aus deiner Komfortzone auszutreten. Und mit der Dame warst du trotzdem noch passiv. Das heißt, hier geht es jetzt darum, in irgendeiner Form dich zu zeigen, dich mit deinem Können zu präsentieren, mit etwas dich zu präsentieren, wo du schon lange überlegst, das zu tun. Am Dienstag der Turm. Der große Zusammenbruch, das große Karacho. Dazu haben wir die Fabrik. Das heißt, in deinem beruflichen Umfeld, in deinem beruflichen Kontext, professionellen Kontext, könnte es zu einem Durchbruch kommen. Ein Durchbruch, der lange überfällig ist. Hintergrund ist der Mond, die Mäuse und der Berg. Jo, was hat dich denn in der Vergangenheit gehindert? Das ist der Berg. Und der Berg steht für Hindernisse, emotionale Blockaden, die sich natürlich mit den Mäusen ganz hervorragend begründen lassen. Die Mäuse stehen für Ängste, für Sorgen, für Dinge, die uns zurückhalten. Dazu haben wir noch den Mond, der für das Thema Anerkennung steht. Du hast gelernt, dich selber anzuerkennen, hattest damit aber so deine Schwierigkeiten. Und jetzt darfst du hier einen Durchbruch erleben. Okay. Am Mittwoch, die sieben der Schwerter. Mit den sieben der Schwerter habe ich so eine Energie, wo man wirklich sagt, man traut einer Sache nicht. Man macht sich mit etwas davon. Man ist in irgendeiner Form nicht ehrlich. Und das betrifft hier mit dem Sarg einen Stillstand, ein Ende. Eine Sache ist zu Ende. Und das möchte man sich irgendwie nicht so eingestehen. Hintergrund. Du warst in der Vergangenheit diesbezüglich sehr zuversichtlich. Mit den Vögeln habe ich das Gefühl, dir wurde auch was eingeredet. Also Vögel stehen zwar auch für Nervosität, aber ich kriege hier eher sowas wie so das Geschnatter von außen rein. Und mit dem Herren kann es natürlich für eine andere Person stehen, aber auch dafür, dass dieses Gerede dich hat aktiv werden lassen. Aber nun ist es eigentlich Zeit, hier etwas zu beenden. Aber diesbezüglich machst du dir selber noch etwas vor. Dann haben wir am Donnerstag die Fünfte Münzen. Fünfte Münzen ist, glaube ich, in jeder Legung fast gefallen bei den Wochenbotschaften. Da geht es um den Mangel. Um den Mangel, den wir uns entweder selber einreden. Oder in dem Falle der Brief steht für die Kommunikation jeglicher Art. Es könnte ein Bescheid, ein Schreiben sein. Kann auch manchmal der Blick auf den Kontostand sein. In irgendeiner Form hast du das Gefühl, etwas reicht nicht aus. Jetzt ist mir gerade die Kerze hier ausgegangen. Also irgendwo ist Schicht im Schacht. Dieser Mangel, da haben wir als Hintergrund die Sonne, das Haus und den Baum. Also hier hat sich eine Situation mit dem Baum gut entwickelt. Starkes Wachstum kriege ich rein. Stabilität, die du dir aufgebaut hast. Im Privaten, das Haus ist gefallen. Das steht für die Familie, für dein Privatleben. Diesbezüglich warst du sehr energiegeladen, sehr zuversichtlich. Aber nun hast du hier Mangel. Mangel in einer Beziehung. Mangel, was deinen professionellen Stand angeht. Irgendetwas, die Art, irgendwas kommt auf dich zu. Eine Art Kommunikation, die dir diesen Mangel aufweist. Da ist auch mal so ein bisschen die Lektion. Lehre dich in Dankbarkeit. Schätze, was du hast und guck, worauf du aufbauen kannst. Und halte durch wieder, weil nach den fünf kommen die Sechs der Stäbe. Und das bedeutet dann ja der Ausgleich im Weltlichen. Am Freitag haben wir die Sechs der Stäbe. Münzen, nicht Stäbe. Sechs der Stäbe haben wir jetzt aber am Freitag. Sechs der Stäbe, das steht für den Erfolg. Den Erfolg. Also du hast hier Erfolg, du bist auf der Erfolgsspur. Und das Ganze ist mit den Engelsflügeln auch ein gesunder Instinkt. Du hast einen Instinkt, dass etwas gut läuft, dass etwas Erfolg dringend ist. Hintergrund dazu, schon wieder der Schlüssel. Ist auch diverse Male gefallen in den Legungen. Das Klee und die Ruten. Also du hast für dein Glück, bist für dein Glück eingestanden. Das Klee ist das Glück und die Ruten ist so dieses Einstehen, Streiten, in die Kommunikation gehen. Und das war für dich dann auch so die Lösung. Wenn du nicht glücklich bist, kannst du eine Sache nicht weiterverfolgen. Kannst du einen Beruf nicht weiter ausüben, zum Beispiel. Und dafür hast du eingestanden. Und nun hast du dieses Gefühl, diesen Instinkt, dass hier etwas erfolgreich wird. Am Samstag haben wir das Ast der Schwerter. Das Ast der Schwerter, das sind neue Ideen, neue Chancen, Chancen auf kommunikativer Ebene. Also du hast die Chance, ein Gespräch zu führen, aber auch die Chance für eine bestimmte Idee. Diese Idee bringt mit den Störchen Veränderung, Flexibilität und die Wolken. Das Ganze könnte sehr überraschend kommen. Dieser Einfall, diese Idee, die du hast. Dieses, ich mache es jetzt einfach, ich wage es. Das Haus, die Schlange, der Baum. Ja, aufgrund deines Sicherheitsbedürfnisses warst du lange verstrickt und verwickelt. Und das Haus steht für die Stabilität und Familie. Vielleicht bist du auch irgendwie familiär gebunden gewesen oder irgendwie verwickelt, sodass du, ja, diesen neuen Impuls bisher nicht beachten konntest. Dann haben wir am Sonntag die vier der Münzen. Die vier der Münzen ist auch so ein bisschen, ja, so pass auf, ne. Also so, du stehst auf festem Boden, du stehst auf festem Fundament, aber ein Stück weit musst du auch deine Münzen noch beisammen halten, sagen die Karten. Da fliegt mir das Haus rein. Also da ist so ein bisschen Sparsamkeit, Nachhaltigkeit, was dein Privatleben, was deine Familie, dein festes Fundament angeht. Das Herz, der Baum und der Schlüssel. Ja, da geht es hier auch um eine Angelegenheit, die dir sehr am Herzen liegt. Eine Familienangelegenheit, wo du möglicherweise gerade so ein bisschen, ja, vielleicht auch gezwungen wirst, einen Schritt zurückzugehen. Auch hier, du warst in der Vergangenheit zuversichtlich, warst entschlossen, dass sich hier etwas stabil und gut entwickelt. Ne, und mit dem Herz kriege ich eine Herzensangelegenheit rein oder etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Vielleicht auch eine Person, die dir sehr am Herzen liegt. Und nun wird dir aber hier ein Mangel aufgezeigt. Man muss mehr investieren, zum Beispiel in die Beziehung oder auch in ein Projekt. Etwas, was dir eher privat, ich kriege hier eher das private Umfeld rein. Lieber Schütze, das war deine Botschaft für die kommenden sieben Tage. Wenn es dir gefallen hat, lass es mich gerne wissen mit einem Kommentar, einem Gefällt mir oder auch einem Abo. Wenn du magst, in den Kommentaren ist meine Website verlinkt. Da könnt ihr persönliche Legungen bei mir buchen, welcher Art auch immer. Ich habe da eigentlich vielfältig mal was zusammengestellt. Mich würde es freuen, euch persönlich die Karten legen zu dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine tolle Zeit. Toi, toi, toi für diese Woche. Es kann ja wirklich nur vorangehen. Das sagen mir hier die Karten. Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Eure Janina, fühlt euch gedrückt. Und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020